Darf ich vorstellen? Aqua, der Seeroboter. Er soll erleichtern, die Unterwasserwelt zu erforschen. Aqua ist mit einer Reihe von Sensoren und Kameras ausgestattet. Er soll dort eingesetzt werden, wo es für Taucher zu gefährlich wird. Dabei kann der Roboter sogar mit Tauchern interagieren. Michael Jenkins ist Professor für Ingenieurwesen an der York University und hat Aqua mitentwickelt. Entweder sprechen wir mit dem Roboter an einer Leine, beschwerlich, aber es funktioniert. Oder wir geben ihm visuelle Vorgaben, für den Roboter so etwas wie ein Straßenschild. Jenkins spricht mit dem Roboter über Strichcode-ähnliche Bilder. Ein Taucher kann auf einem Bildschirm verschiedene Bilder anzeigen und dem Roboter so Befehle erteilen. Der Bildschirm hat an der Seite einige Schalter und der Taucher kann dann durch die verfügbaren Muster blättern. Dann hält er dem Roboter den Bildschirm hin. Der Roboter hat Kameras. Die Kameras sehen das Muster und dann versteht der Roboter, was das Muster bedeutet und führt genau das aus. Aqua kann auch direkt über ein Lichtleiterkabel mit der Fernsteuerung gesteuert werden. Der Bildschirm wird dann zu einer Art Steuerknüppel. Aqua ist mit drei Kameras und mehreren Spiegeln ausgestattet. So kann er in jede Richtung sehen und eine Umgebung dreidimensional darstellen. Jenkins glaubt, dass ein Roboter der Tiefsee-Erforschung Türen öffnen wird. Je tiefer man taucht, desto gefährlicher. Es wird noch gefährlicher, wenn man in etwas hineintaucht. So kann man in angemessener Entfernung zum Roboter und in Sicherheit bleiben und den Roboter die gefährlichen Dinge machen lassen. Und so kann der Roboter in Schiffracks hineinschwimmen oder teilweise eingestürzte Umgebungen erforschen, ohne den Taucher in Gefahr zu bringen. Jenkins glaubt, dass Seeroboter in Zukunft so weit automatisiert sind, dass sie für Monate oder Jahre selbstständig auf Forschungsreise gehen können. Forscher werden dann imstande sein, ihnen beizubringen, für Menschen unerreichbare Mehrgebiete selbst zu erforschen.